Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Dass sie es wagen, wie mein Befehl zu widersweizen! Oh, meint euch das einfach gekauft? Der Militär hat mit Belogen! Jeder hat mit Belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen, nie das verreistige, treulöse Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Ich setze Feiglinge, verreist und versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmacks des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lachen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärakademie zu verhindert! Es hat mich gegen nur ein Schiffspicken-Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, um jahre alle Höheroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie von der Akademie. Und doch habe ich ein Lall allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Der Trick ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, dürfen Sie sich gewaltig! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen!